Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren SolveSpace CAD Challenge. Heutiges Werkstück, überlegen wir uns wie wir starten. Es wäre die Möglichkeit, dass wir zuerst den oberen Teil machen, dann den Mittelteil und dann diesen unteren Part. Oder es wäre auch möglich, wir starten wieder mit der Seitenansicht Extrude Rundungen, Bohrungen, Aussparung. Und ich denke fast, dass das die elegantere Lösung ist. In diesem Sinne, starten wir mal mit dem Linienwerkzeug und fangen von diesem unteren Punkt an und werden dann nach oben gehen. Also, wir schauen mal, was haben wir denn da alles. Wir starten mit unten, dann rauf, eine Schräge, rüber und dann sind wir da im Grunde schon wieder fertig und haben eine wunderschöne erste Skizze gemacht. Dann vertikal, vertikal. Wir schauen mal, dass das alles so in Reih und Glied ist. Diese beiden sind mal bestimmt parallel. Klicken wir da drauf. Und etwas, was ich auch immer gern zu Beginn mache, ich setze mir einen Punkt gleich zum Ursprung mit O und habe dann jetzt noch 7 degrees of freedom, die ich hier angeben darf. Und wir starten mal links unten. Wir wissen, das ist schon mal 15 mit Linie markieren. Der können wir da schon mal festsetzen. Da oben ist der Menüpunkt, falls man es mit dem Menü machen will. Die Höhe da haben wir 18. Der und somit können wir da die 18 eingeben. Und meiner Meinung nach müsste dann diese gegenüberliegende Linie genau gleich sein. Deshalb beide markieren und auf Q setzen. Damit wird dann diese beiden Linien gleichgesetzt. Dann machen wir uns eine Konstruktionslinie mit einfach S für Linie. Rechte Maustaste klicken, weil wir wollen nicht weiterzeichnen. Markieren und mit G eine Konstruktionslinie auswählen. Und dann beide Linien markieren und wir sagen jetzt N, beziehungsweise hier Constraint to an Angle. Und wir haben da 45 Grad. Zoom mal ein bisschen rein. So, haben wir da diesen Teil. Weil wenn wir die andere Linie nehmen, wird es halt von der anderen Richtung gemessen. Und somit sind wir da halt in diesem Bereich. Kann man ja stehen lassen. So, was wissen wir weiter? Diese Unterkante, gehen wir noch mal ein bisschen runter, weil sonst verzieht es uns dann gleich diesen Sketch. Na, mag er nicht. Dann bleiben wir mal bei dieser Kante. Mit diesem Punkt sollte der Abstand von 39 sein. Dann schieben wir das da raus. Wir sehen auch da diesen Abstand. Oben nach unten ist 8. Raus damit. Was wissen wir noch? Wir haben noch 2 Degrees of Freedom. Und wir brauchen sicher da noch etwas. Und zwar kennen wir äußere Kante zur Mittelpunktbohrung 60. Wir wissen aber nicht die ganz Außenkante, aber wir kennen den Radius. Der Radius für diese Rundung ist 10 und bekanntlich geht der von Außenkante zur Mittelpunkt. Das heißt, wir können da 10 dazu addieren. Und sollten dann, wenn ich das richtig überblicke, von Punkt zu Kante der 70 haben. Könnte das passen? Schieben wir das da rüber. Es wird leicht unübersichtlich, aber ich denke, wir haben es jetzt. Haben wir noch etwas offen? One Degree of Freedom ist noch offen. Lassen wir uns ihn anzeigen. Mit Analyze, Show, Under Constraint Point. Ach, die Konstruktionslinie. Okay. Die setzen wir einfach mit D fest. Zum Beispiel 45. Und somit haben wir da ein grünes Okay. Das, was wir wollen. Und dann können wir schon weitermachen mit dem nächsten Punkt. Indem wir hier auf Extrude klicken. Als erstes, bevor ich es wieder vergesse. Die Breite angehen mit dem Tiefe mit 46. Wir sagen Two Sides, damit ich hier wieder eine schöne Mittellinie habe. Eine andere Farbe. Und wir gehen hier ein bisschen mit der Deckkraft hinunter, damit wir dann die Bohrungen auch sehen können. Das gefällt mir schon einmal sehr gut. Nächster Streich. Wir gehen hier auf diesen oberen Part und widmen uns einmal diesen Rundungen. Dazu zwei Linien Punkt. Umschalt W. Und dann wählen wir das Arc-Tool aus. Einmal mit A aktivieren. Und jetzt darauf achten, dass diese Linie gelb hinterlegt ist. Und die nächste Linie gelb. Damit haben wir dann hier direkt schon auf dieser Linie. Dann setzen wir Mittelpunkt, Linie auf Vertical, Linie, Punkt auf Horizontal und können jetzt hier mit der Markierung dieses Arcs auf 10 Radius sind 20 im Durchmesser. Ja und jetzt können wir einfach grob drüber fahren, weil wir schneiden das ja dann quasi aus. Soweit, so gut. Und jetzt könnten wir das gleich kopieren. Nachteil vom Kopieren ist, wenn wir dann irgendwie etwas von der Größe ändern, dass es dann nicht hier Constraint, also auf dieser Linie. Wir müssten es dann nochmal extra setzen. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Das heißt, wir kopieren uns das. Paste Transformed. Und jetzt den Vektor eingeben, um wie viel wir das verschieben wollen. Wir wollen von da hin in diese Richtung. Also es ist wichtig, dass der erste Punkt unten angezeigt ist. Translate. Mirror. Und dann müssen wir das Ganze noch drehen um 180. Wir erinnern uns vom letzten Beispiel dran. Ansonsten gerne Schritt für Schritt dann noch einmal nachmachen. Und somit haben wir jetzt diesen Punkt hier auch. Wir sehen, jetzt haben wir 10 Degrees of Freedom. Wir könnten jetzt diese Punkte da alle noch festsetzen. Damit wir, wenn wir das Werkstück irgendwie später noch bearbeiten, dass diese Punkte mitgehen. Weil würde ich jetzt die Breite ändern, wären diese 8 Punkte, die wir jetzt da noch offen haben, eben ansonsten nicht in der Referenz drinnen. Uns ist das jetzt einmal egal. Wir gehen hier auf raus. Gehen auf Difference. Dann setze ich mir den unteren Punkt. Dann die Linie auf O. Und habe jetzt einmal die Aussparung hier grob gemacht. Wir bleiben auf dieser Ebene. W. Und wir haben jetzt zwei Bohrungen. Die setzen wir, beide markieren mit Q gleich. Einen Mittelpunkt anklicken. Auf diesen O. Same für diese Seite. Dann haben wir die Größe. 9 im Durchmesser. Und dann kontrollieren wir mal kurz, ob das soweit auch passt. Das schaut gut aus. Auch da sind wir richtig. Und da haben wir 26. Spannend. Wo habe ich mich verdauen? Ich springe mal auf Home. Auf Extrude. Habe ich da die 46 eingegeben. Wo haben wir da unseren Fehler? Schaut richtig aus. Ist jetzt einmal so. Ich hätte fast vorgeschlagen, wir bleiben einmal dabei. Vielleicht deckt es sich noch auf. Ansonsten haben wir da eine kleine Umschärfe drinnen, die uns einmal jetzt eine Weile so bleiben soll. Nächster Punkt. Wir können also da dann durchschießen, indem wir auf Difference gehen. Ich will den unteren Punkt aus. Diese Fläche auf O. Dann haben wir mal diesen Bart. Nächster Streich. Wir können diese beiden Bohrungen angehen. Die kopieren wir uns jetzt aber nicht raus. Sondern die würde ich dann ganz gerne in dieser Ansicht noch einmal machen. Aber was wir schon machen können, weil es steht hier 4 mal 9er Durchmesser, dass wir diese als Referenz nehmen. Damit, wenn wir dann eines ändern, alle Bohrungen quasi hier dann quasi, ja, mitgeändert haben. V. Das war natürlich wieder falsch. Wir möchten sie horizontal haben. Und dann können wir diese beiden auf Vertical. Diese beiden auf Vertical. Und somit haben wir noch eine Degree of Freedom. Weil wir können sie in diese Richtung verschieben. Und das wissen wir, indem wir Punkt zu Linie, D20 haben. 0 Degree of Freedom. Und dann durch damit. Difference. Punkt. Zur Fläche. Mit O. Gleichsetzen. Haben wir diesen Teil. Was fehlt uns noch? Uns fehlt der untere Teil. Und da wissen wir die 24. Und wissen wir die Tiefe auch schon. Die Tiefe von diesem Teil. Wie finden wir die raus? Ist sicher wieder irgendetwas Kryptisches, was ich jetzt gerade nicht sehe. Aber wir starten einmal da jetzt in diese Ansicht rein. Dann machen wir ein Rechteck. Wir wissen, die Seite hat 24. Dann können wir einen Punkt auf diese Linie bündig machen. Dasselbe gilt für diesen Bereich. Beziehungsweise wissen wir ja gar nicht, wie hoch. Oder wissen wir das? Wir wissen Höhe. Und diesen Punkt wissen wir alles gar nicht. Aber wir wissen den Abstand. 11. Also schon gemittelt. Wenn wir uns da jetzt rausschauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch diese Aussparung ist. Da fehlt meiner Meinung nach die Angabe. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie weit rein der ganze Spaß soll. Deshalb machen wir das einfach einmal auf 28. Wir sollten jetzt 0 Degrees of Freedom haben. Gehen wieder auf Extrude. Dann wähle ich mir jetzt da mal bewusst eine andere Farbe. Damit wir das da besser sehen. Ein Difference. Und dann machen wir da halt mal einfach, weil wir lustig sind. Und damit wir eine Zahl brauchen. Auf 5. Schaut doch schon gar nicht so übel aus. Schauen wir mal, wie schaut 4 aus. Ja, mit 4 gehen wir mal ins Rennen, oder? Ja, also, Heidahl. Das wäre jetzt einmal mein Ansatz, wie man dieses Beispiel angehen kann. Es fehlt wie immer an den CAD-Kenntnissen, damit ich das da richtig rauslesen kann, wie da die Angaben sind. Und mir ist auch nicht ganz klar, wie man da auf die 22 kommt. Aber vielleicht habt ihr da Lösungen, wisst, wo ich mich da vertan habe. Mir war es einmal nur wichtig, mit diesem Beispiel zu zeigen, dass man quasi hier mit der Seitenansicht, mit dem Radius, dann in diesem Beispiel schön, wie ich denke, das Werkstück aufziehen kann, dann die Rundungen oben ansetzt, die Bohrungen, und in dieser Flucht dann weiter die nächsten Bohrungen macht. Und hier die Aussparung mit dieser Ansicht. Sehr ähnlich, was wir schon einmal gemacht haben. Aber wie gesagt, hier mit ein paar mehr Winkeln drinnen. Deshalb, schönes Werkstück. Ich freue mich auf die nächste Challenge und bis dann.